ja hallo leute herzlich willkommen zu let's play Kerbal Space Programme wir spielen wieder und ich freue mich ich hoffe ihr freut euch auch wir bauen jetzt kein neu sondern wir spielen direkt mit the big boy weiter select so ja wir begegnen uns direkt aufs Startfeld oh ne 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 entfleit ich wollte mal noch so ein paar Streben einbauen weil irgendwie ich das Gefühl hatte das die ein bisschen geschlackert haben letztes mal ok so safe lunch ok also hier ist alles richtig die zünden die zünden die zünden alright ok ok throttle up SIS and 3 2 1 wunderschön ich hab vergessen den Ton anzumachen so 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 ok wir fliegen sehr schön muss man sagen ähm settings irgendwie höre ich gerade nix hm ich höre immer noch nix ab egal ok ok alles sehr straight wir fliegen sehr gerade in den Himmel das sieht gut aus überhitzung hält sich in grenzen oh mein gott bob ist am austicken wow entspann dich bob so die können wir absprengen so die können wir absprengen sehr gerade sehr gut wir sind auf 7.000 metern 8.000 so jetzt hätten wir den Mount Everest tut mir leid wenn ich scheiße erzähle ok auch wenn wir time wrap machen passt das boah juh ähm so und mir wurde gesagt ähm nachdem ich ein bisschen ratlos warum warum wir es geschafft haben unsere Crew zu killen ähm hat mir ein sehr freundlicher Herr in den Kommentaren geschrieben dass es wichtig ist vor dem auf den Boden und so aufkommen noch mehr abzubremsen und diesen Tipp nehme ich natürlich sehr gerne wahr ich danke hier an der Stelle mal ganz herzlich so jetzt muss ich mal das Mikro ein bisschen richten so ok oh äh ja wir sind im Orbit und voll verpennt und wir ähm SIS off so wir neigen uns jetzt einfach mal und ich hoffe das funktioniert also man jetzt habe ich schon wieder vergessen die ERC Tanks einzubauen naja ich hoffe ihr verzeiht es mir ok 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 das reicht und volle Geschwindigkeit wir haben noch 1 2 3 halbe ok wir haben noch anderthalb fuel tanks warum zieht der nach oben nein nicht nach oben ziehen nein 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 nach unten sollst du so wow ok oh schön ich habe das Gefühl dass das ein relativ schöner schöner ring wird wobei ähm ich glaube man sollte mir nicht mehr vertrauen in die Sachen die ich labere ok wir sind schon seit knapp 4 Minuten in der Luft so tja es geht halt schon schnell wenn man so ne Rakete hat so mit 2000 Meter pro Sekunde ouch aua das ist echt das ist echt schnell das ist echt schnell 2000 Meter pro Sekunde das kann doch gar nicht sein oder kann nicht sein krass das ist echt krass das ist krass so unsere G-Force also unsere G-Kräfte sind noch in Ordnung oh äh ja ist klar oder was oh nein Mist ok wir haben voll gefailt nein haben wir nicht ach nein wir haben ist ja schon alles leer gelaufen ich deb egal ok ok das heißt was für uns jetzt habe ich ich verhause wieder ich wusste es oh nein nein was haben wir nur für ein Ding erschaffen ja das ist unsere Zirkulation perfekt perfekt ey ich sag euch wir kommen nicht mehr weg ey wir kommen nicht mehr zur Erde so äh kann ich da jetzt irgendwas noch machen hm mich im Kreis drehen bringt wohl wenig wir werden zumindest langsam langsamer das ist aber alles nicht so toll man 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 ja und da schwebt unsere unsere Trägerrakete oh mein Gott also das tut mir wirklich sehr leid ich habe vollkommen vergessen dass wir damit nicht so weit in den Himmel kommen ok spüren wir mal vor ui schön es fliegt es fliegt immer weiter ui es fliegt immer weiter im Orbit so time warp mal 1000 oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott sieht man die Erde noch also ich mein Köben da irgendwo ist sie ja und wir werden immer langsamer das finde ich gut finde ich das gut nein es werden wir immer schneller weil wir jetzt über den Punkt sind oder ja jetzt sind wir wieder auf den Punkt und jetzt werden wir ziemlich schnell oh mein Gott und eigentlich sind wir schon seit fast 20 Minuten in der Luft oh je oh je oh je oh je also wie gesagt ich bin der perfekte Raumfahrer so und der Mond bewegt sich auch ach das schaffen wir halt einfach nicht echt ah ok der Orbit schrumpft ja juhu wir schaffen es doch wir haben es doch geschafft nein nicht höher nicht höher nicht höher runter 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 jetzt komm schon runter ey Mist Mist es kommt wenigstens aus der Atmosphäre raus blödes Ding Mann ey Mann 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 das ist fies Mist 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 ja ist in Ordnung so sind wir jetzt vielleicht aus der Atmosphäre raus danke so jetzt muss ich noch über 1000 äh so ja so 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 jetzt aber so jetzt okay jetzt muss ich aber aufpassen so er kommt er kommt er kommt er kommt okay das macht er sogar schon von selber das ist doch gut komm schon ich will zurück in die Erde äh in die Erde will ich nicht aber auf die Erde nein 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 Mist 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 okay jetzt komm schon kann ich da irgendwas machen kann ich nicht irgendwie 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 das schaffen da jetzt wieder auf die Erde zu kommen ich bin doch jetzt in der Atmosphäre jetzt muss er mich doch eigentlich Mist Mist ich glaube ich habe in dieser Folge schon 15 mal Mist gesagt 16 mal toll toll und Bill und Bob sind beide voll am Austicken ja verständlich mein die Gewissheit nie wieder auf die Erde zu kommen ist nicht so der Hammer oh was ist wenn ich jetzt den Fallschirm öffne Mist warum macht er das nicht öffne den Fallschirm ja haha ich bin so genial ich bin so genial warum ist mir das nicht früh eingefallen ich Idiot naja dumm halt oh je okay okay ich wette ich wette es ist ziemlich wahrscheinlich dass wir wieder tot sind also Bill Jebediah und Bob echt die sehen so niedlich aus da unten drin also toll tolle kleine Menschen Aliens was auch immer so und was meint ihr Europa Europameisterschaft seid ihr für Deutschland ja okay ich bin für Deutschland haha denkt ihr sie kommen ins Finale denkt ihr sie gewinnen denkt ihr sie fliegen in der Vorrunde raus was denkt ihr schreibt es in die Kommentare lasst mich eure Gedanken wissen aber jetzt macht das scheiß Teil auf wir sind viel zu schnell oh mein Gott oh mein Gott oh nein 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 oh mein Gott nein bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte 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 na ja sie haben es geschafft sie haben es geschafft nein doch nein ah nein was 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 ist jetzt passiert ja klar der Paratute ist klar was oh man ich bin ein schlechter Mensch nein nein das war ein Müll ey oh je also wir hauen jetzt hier mal eine Engine rein und hier noch einen Dekappler oh man das ist echt traurig so jetzt hat sich natürlich wieder alles voll verschoben das da muss natürlich wieder dahin also meine Lieben ähm ich sehe euch hoffentlich beim nächsten Mal ich wünsche euch einen wunderschönen Tag nicht so wie bei uns bei uns pisst es gerade und abonnieren kommentieren disliken haten liken favor nicht favor was auch immer aber gebt uns Feedback sagt uns was ihr mögt sagt uns was ihr nicht mögt sagt ihr uns was wir verbessern könnten und was wir scheiße machen also wir sind auf eure Antworten Kommentare was weiß ich freudig in Erwartung und wie gesagt ich wünsche euch einen ganz ganz schönen Tag ciao